ja oder ich wollte das auch unbedingt haben wo hast du das passiert also keine ahnung das ding ist so der hat halt vorhin von von seinen fetischen erzählt dann hat er da irgendwie so so gemein naja ist richtig mal voll geil wenn dann da so eine frau kommt meine ohrläppchen leckte und jetzt jetzt tut er halt die ganze zeit so hätten wir das gemacht aber stimmt halt gar nicht geht auf geht auf ich habe diese kackzau nicht gesehen mann ich habe die fahren jetzt immer noch immer noch er geht nicht 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 wieso schiebt ihr aus dem auto wieso schießt ihr aus dem auto kein mensch das wird euch ich hab da so um mein gott wieso schießt ihr aus dem auto ich hab's irgendwie auch gehört auch gehört hat sich nicht sicher da ziehen sie mal mit der advance bitte mit der taser nur der mit der taser zwei sicher sicher oder nicht sicher dann gibt es rein folgend machst du doch nicht so schwer kleine die fängt ja schon an zu qualmen mein gott schliessen wieder in den die fني gefällt jetzt , das ist ganz ich bin das ist zu spät das ist zu spät Felix ich bin anem Naturschutz-Ding. Alter, der macht den Körper in der Luft. Naturschutz, was? Danke. Naturschutz-Pack. Was ist der Herr, Jan? Sieht doch sehr gut aus, oder? Genau, perfekt. Dann einmal eintreten. So, wie viel kriege ich jetzt? Wie viel kriege ich jetzt? So, jetzt. Hä? Ich habe keine Dings bekommen. Keine Haftkleidung und ich habe noch keine... Kommen Sie mal kurz zurück. Darf ich jetzt gehen? Top. Jetzt verstehe ich die Weiterbildung. Ich habe... Sie dürfen gehen. Ne, 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 ne. Doch, er darf gehen. Ich darf gehen? Ja, er darf gehen. Ich darf gehen? Aber die Rechte wurden vorgelesen. Ja, trotz aber die Akte wurden nicht angelegt. Das ist genauso als die Rechte nicht vorgelesen. Ja, das ist natürlich jetzt dann ein dummer Zufall an der Stelle, ne? Nach hinten, kommt. Runter, 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 runter. Du darfst alle nach hinten. Wir müssen nach unten. Die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen und das halten unten. Boah, ich habe keine Wissen mehr. Höte die Terroristen. Jawohl. Jawohl, nur noch einer. Schade, Mann. Wie viele waren das? Aber das waren nicht mehr so viele. Jawohl, schön. Hier ist Vaterland, rein da. Lass keiner leben von den Terroristen. Holt ihr euch. Ich könnte ihn direkt eng stürzen. Ah, der ist... Ich könnte von oben, ich könnte von oben. Vier Schüsse, der liegt, ne? Mit Weste. Ja, ja, ja. Komm hoch. Aber da ist ein PD's direkt drunter. Egal, 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 egal. Sicher? Oh, Digga. Okay, drei, zwei, eins. Nein. Ich war das nicht. 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 Nein. Wieso bin ich da runtergefallen? Nein. Nein. Komm mal F90 durch. Komm durch. Nein. Nein. Oh, ich habe es so kaum abrecht. Jetzt biegt jetzt ab Richtung Osten, Richtung Würfelpark. Wir sind jetzt hier, rotes Rathaus. Parkhaus. Weiter, weiter, ja. Leider haben wir den Kontakt verloren. Code 4. Nightcap, Ende. Wenn es ein fairer Faustkampf ist, warum denn nicht? Ja, wir beide. Ja. Okay, mach Ihnen die Handelswähle ab. Wir gehen nach vorne rein. Nicht, dass das hier noch jemand sieht vom PD oder so. Oha. Das PD ist gerade da vorne, deswegen. Sollten Sie gewinnen, gehen Sie in den Hof. Aha. Ansonsten kommen Sie in den Einzelhandel, alles klar? Das klingt nach einem Deal. Darf man hier auch Geld finden? Ne. Ihr könnt schon mal die Tür vom Innenhof schon mal aufschließen, ja? Der andere raus, ja. Ja, Sieger. Sie gehen raus. Oh, fuck. Ich und er. Ja, und will man mit... Wie heißen die Krebs? Dann gehen Sie da rüber und einer seht herunter und dann geht's fair los. Ich stelle mich an die Wand. Ja, dann setze ich 100k auf Wandschuhe. Okay, 100k auf Wandschuhe. Das war so klar. Du brauchst dir danken für die 100.000, ne? Ey, ich will verarsch. Das ist kein Junge. Alter. Und an der Kreuzung biegen wir längst ab. Feier ich. Und dann gleich wieder rechts. Ja, wir hatten hier auf den Parkplätze. Sonst muss ich die Idee auch abnehmen und den Waffenschein auch. Gehen Sie sich um, wenn ich das mache, bitte? Und selbstverständlich müsste ich in die Akte weiter nehmen. Händen durch, oder ist kalt? Letzter Versuch, Herr Molino. Packen Sie das Ding weg. Okay, okay. Sonsten... Weitere. Ich bin gerade wieder. Pepe! Meine, du weißt ja selber, wie oft ich da bin und wenn ich da arbeiten bin. Ja, ich weiß. Ich bin sehr stressig. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass wenn du mal hier bist, dass du da jetzt nicht so Bock drauf hast. Alles gut, ist ja nicht so schlimm. Aber es liegt mir hier in dir, ne? Aber eine Sache habe ich tatsächlich noch, ne? Das ist, glaube ich, längst überfällig, ne? Äh, äh. Ja, äh, rufst du nochmal an, bitte? Sie haben uns heute nicht produziert. Wiederholung von Funktion 1000? Sie können so zu mir aufsteigen. Herr Hucka, Sie dürfen aussteigen. Ähm, ich glaube... Schauen Sie sich wieder vorne hin. Ich glaube, Peter Hucka und Dirk Nightcap sind ein Fürth Bord, weil sie mir gerade Standort schicken und am Telefon auch nicht reden können, irgendwie. Ich hoffe, das ist Ihnen eine Leere. Kommen? Nein! Lassen Sie mich in Ruhe! Ah! Wie ein kleines Kind. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so scheiße ohne dich, babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so leer ohne dich, babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so scheiße ohne dich, babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so leer ohne dich, babe.